hallo leute mein name ist maximilian polos und das hier ist mein youtube channel wir sind mittlerweile in wirklich weiten weg gemeinsam gegangen ich meine seit der verhaftung in den niederlanden und der zeit dort in haft wisst ihr noch der fluchtversuch als ich dachte ich schaffe es mit einem selbstgebauten enterhaken über eine mauer michael schofield leider auch bestellt die zeit danach in isolation als wir einige folgen in der ehemaligen jva gedreht haben erinnerst du dich noch die auslieferung die zeit auf transport in der jv nürnberg und seit einiger zeit sitzen wir jetzt schon gemeinsam in gruppenzellen leute für mich ist es mindestens so absurd wie für euch weil am anfang dachten wir ich erzähle euch stichpunkt artig und in ein paar wochen sind wir damit durch dann wollten ein paar von euch alles genauer wissen die ganze story hören ihr schlingel bei denen dürfen wir uns jetzt bedanken dass wir beinahe im realtime im knast sitzen ich meine wir sind irgendwo 15 16 monate und wir sind 18 monate schon unterwegs so ach was ich glaube wir sind sogar langsamer als die echte abstrafe also ich kann es ist doch verrückt ich kann euch gar nicht sagen wie viel es mir bedeutet hat das alles mit euch gemeinsam aufzuarbeiten ich habe mich selber so viel zeug gestellt an dass ich eigentlich nie wieder denken wollte und genau da sind wir heute denn in der letzten folge war genau so ein kapitel ich wollte nie wieder an den professor denken oder an seinen fake namen mit dem in des lk allen amberg einquartiert hatte denn so war in der jv genannt worden der typ war ein siebenbürger aus rumänien man und die geben ihm den französischen namen eines porno darstellers dass er genau in dieser zelle gesessen hatte war für mich ein riesen schock das war so surreal und als ich rivas und andruche ausfragte wie er gewesen war ob irgendwas interessantes erzählt hat da war ich mega enttäuscht dass nichts kam wir waren paar wochen hier gewesen aber die hatten ihn vom anfang an misstraut er sagt er sitzt wegen dem drogenfall und das stimmte ansonsten verhielt dass ich sehr sehr devot er wurde fast jeden tag von irgendwelchen cops besucht stundenlang außerhalb der zelle in dem verhörraum verhört weswegen die anderen vermutet hatten dass er eine ratte war was stimmte und wie gesagt er hat er behauptet dass er de bois hieß was eben nicht stimmte ich will an der stelle nicht allzu viel über ihn erzählen denn er wird uns die nächsten wochen immer wieder beschäftigen nur ein kleines bisschen background wir lernten uns kennen als ich so zwölf war da war der freund eines freundes und ich war damals gerade dabei mir eine clique in einem kleinen ort in der nähe von nürnberg zu suchen so meine eltern waren mit mir dort hingezogen und ich kannte dort niemanden und da ich gleichzeitig weiterhin nürnberg in die schule ging war es irgendwie strange und eigentlich gar nicht so leicht dort anschluss zu finden weil die leute dort gingen alle gemeinsam auf eine schule und kannten sich alle schon von dort seit sie klein waren ich hatte mich am anfang hart dagegen gewehrt so der gedanke auf dem land in die schule zu müssen hat mir richtig angst gemacht habe ich auch nie gemacht nürnberger sind da recht elitär auf ihre art so alles was keine u-bahn hat sind bauern so und ich wollte meine alten freunde nicht verlieren jeden tag blieb ich also nach der schule bis abends in nürnberg auf der straße oder wo auch immer bis ich eben nach hause musste und irgendwann lernte ich durch einen zufall leute dort kennen und einer davon war eben der verdammte professor der war schon damals nerd und wir gucken bei ihm auf dem pc die ersten ja die ersten internet sachen pornos waren noch kein thema weil jedes bild musste erst mal so fünf minuten laden so und stattdessen gucken wir tatsächlich fotos von weed an also so weed plant so guck dir mal die an das white widow und natürlich gucken wir rotten.com kaum gab es also das internet gucken 13 jährige nach drogen und zerfetzten menschen ich erinnere mich an ein bild von einem typen nach einem motorradunfall so kam es gemacht mit dem kopf und das war ziemlich übel und ich glaube jeder in unserem alter hat so rotten.com die sachen geguckt und vielen hat es auch ein bisschen einfach ja den kopf damals verdreht ich will mir gar nicht vorstellen was ich die kids heute anschauen weil leute an der stelle mal es ist so schräg wie ich früher unbedingt blutigen scheiß sehen wollte ich wäre bis nach rom gelaufen um mir eine echte leiche anzusehen aber heute nach all dem was ich erlebt habe kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen bzw ich kann schon aber ich will nicht ich habe allen meinen freunden irgendwie verboten mir irgendwelchen gory scheiß auf dem handy zu schicken so ich möchte es nicht sehen sobald ich sehe dass sich jemand bei einem video schwer verletzt oder stirbt oder so ey da bin ich raus ich will lustige sachen sehen wenn ich blutigen traurigen mist sehen will dann versuche ich ohne weed zu schlafen so ist naja ok der professor wuchs von einem jungen nerd über die jahre zu einem älteren nerd heran und zu einem zeitpunkt als ich schon recht viel dealte erzählte mir dass er wisse wie man speed herstellen kann er braucht nur ungefähr fünf bis sieben tausend euro startkapital und wir können loslegen damals konnte man ephedrien und im grunde ein komplettes labor ohne angst vom zoll bestellen die waren damals noch nicht so auf zack das erste labor entstand ein zweites folgte es wurde methi und ja alles nahm so seinen lauf aus dem nerd mit der psychose denn dieser junge hatte definitiv einen schweren schaden wurde ein gangster am ende hatte er eine ukrainische freundin trainierte aufs heroiden kaufte sich eine geld zählmaschine und ließ doof wie weiber tagelang ecstasy zählen weil er der wage nicht mehr trauen konnte so ach ja nach einem handbruch wurde er heroinabhängig es ging rapide bergab mit dem professor und noch eine geschichte und dies jetzt mal wieder hypothetisch da müssen wir müssen sie vorsichtig sein sie ist also meiner kranken fantasie entsprungen und ich kann darüber reden weil im endeffekt nichts passiert ist bzw weil ich mir das alles ja jetzt nur ausdenke und wenn du das hier siehst mein alter freund ich weiß du guckst manchmal vielleicht erinnerst du dich daran dass du kurz vor deiner verhaftung noch versucht hast mir und geist ein mordauftrag zu geben du wolltest deine zeugin umbringen lassen und nur weil ich dem auftrag damals kein grünes licht gegeben habe ist dieses mädchen heute noch am leben das ist nie passiert aber wenn es passiert wäre würdest du dich daran erinnern spätestens da hätte ich wissen müssen was für ein ehrenloser mensch du bist du wolltest sie damals liquidieren lassen weil du ihr nicht mehr getraut hast und weißt du warum das sonst keiner weiß oder wusste bis gerade eben weil ich im gegensatz zu dir nicht versucht habe meine alten freunde mit hilfe der polizei zu vernichten ich habe nie auch nur ein wort über dich gesagt ich hätte dich so leicht für immer im knast verrotten lassen können mich hier der boah am ende haben seine aussagen bei mindestens 35 menschen zu langen haftstrafen geführt der war der star zeuge der saison und die cops behandelten wie ein rohes ei an diesem abend in der jva konnte ich kaum schlafen denn was er über mich in den akten gesagt hatte konnte ich einfach nicht in einklang bringen mit dem typ den ich seit zehn jahren kannte der bei meinen eltern gegessen hatte was bist du für ein mensch die ganze nacht lag ich wach und auch die nächsten wochen verfolgt mich diese aussagen wenn ich heute darüber nachdenke ist glasklar was denkt ihr denn jemand der meth kocht und verkauft jemand der gewalttätig ist und mordaufträge gibt glaubt ihr so jemand wird euch nicht vor gericht verraten warum denn nicht ich verstehe heute gar nicht warum ich idiot selber oder die anderen gangster immer schockiert sind wenn man jemanden mit dem man zusammen raubt stiehlt und vielleicht sogar tötet wenn der einen dann am ende verrät ist doch ganz klar bis hier pablo escoba hat definitiv mehr leute in den knast gebracht als ermordet und der war ein fleißiger mörder dieses game ist schmutzig sehr sogar und solange es leute wie dem professor gibt wird es ein schmutziges game bleiben bis wir dem professor ins gesicht blicken dürfen werden jetzt ein paar monate vergehen aber wir werden ihn treffen und was dann passiert als ich ihn endlich vor mir habe leute manchmal erschrecke ich wenn ich daran denke wie ich früher war ich bin froh dass dieser alte pollux nicht mehr hier ist ich bin froh ihn losgeworden zu sein und ein teil davon verdanke ich euch dank euch für eure zeit eure liebe eure tröstenden worte und euren support der diesen wandel unterstützt hat so weit waren wir aber damals nicht ihr merkt ihr merkt 100 prozent wie schwer mir die erinnerung an diesen menschen fällt in ein paar folgen werdet ihr besser verstehen warum und ich hoffe echt ich krieg das hierhin über vieles habe ich noch nie geredet und wenn dann ganz sicher nicht in meinem neuen leben früher so voller hass ja da hat die erzählung dann damit geendet dass ich gesagt habe so sobald ich raus bin schneide ich den huern in stücke doch der bin ich nicht mehr und heute ohne zu hassen über diese zeit zu sprechen ist nicht leicht weil wo ist die balance es ist eine herausforderung und ich versuche es so gut es geht zu schaffen dazu gehört aber auch die andere seite der medaille beide seiten zu beleuchten und die andere seite sagt ich war damals selbst kein netter mann ich war ein mistkerl und ich gehörte ins gefängnis ich habe jedem weh getan den ich kannte und ich habe nie 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 egal was ich gesagt habe wirklich an andere menschen gedacht konnte das gar nicht wahrscheinlich hatte ich damals auch einfach keine echte freundschaft verdient denn heute fühle ich mich als hätte ich freunde auf die ich mich verlassen kann keine ahnung okay wir sitzen immer noch in einem sechsmannsaal gefüllt bis auf den letzten platz norbert der neue übernahm die für alle anderen lästigen pflichten er wischte regelmäßig putzte das klo während wir im hofgang waren und alles in allem schlug er sich die erste woche ganz tapfer ich bekam in der zeit immer wieder karten von tante hanna die mich aufmunterte dafür bin ich auch heute noch sehr dankbar sie schickte mir eigentlich immer überall wo sie war und auch wenn sie eine lustige karte gesehen aber so schickte sie mir einfach karten andruha verschwand irgendwann für ein paar tage im bunker und ich ich hatte ja noch eine einkaufssperre erinnert euch wir waren beide zur ringkontrolle gerufen worden und hatten beide nicht wirklich bestanden ich hatte euch erzählt dass wir noch über den einkauf reden und ich euch meine einkaufsliste und so zeigt also auf geht's einkauf einkauf in haft läuft auf zwei verschiedene arten entweder es gibt den sogenannten sichteinkauf dabei werden die gefangenen aus den zählen geholt und dürfen einen laden in der anstalt besuchen dort gibt es dann wie in so einem kleinen supermarkt alles mögliche zu kaufen die preise sind etwas höher als draußen aber man kann die produkte ja tatsächlich in die hand nehmen ansehen und gerade bei dingen wie obst und gemüse kann man sich auch halt die die frischen sachen aussuchen die gefangenen werden in dem fall an meistens zwei bestimmten daten jeden monat aus ihrer zelle geholt und meist dann abteilungsweise zum einkauf geführt also erst die abteilung dann die abteilung dann der dann der für die anstalt ergibt sich dadurch automatisch ja eine reihe von problemen es ist nämlich immer ein risiko die gefangenen in gruppen irgendwo hinzuführen kann man schlägereien alles mögliche kann stehen das ist sicherheitstechnisch nie eine gute lösung und organisatorisch ist das ganze jedes mal großer aufwand das mögen die nicht ein weiteres problem ist diebstahl überraschung leute im knast klauen wie die raben wenn man ihnen eine chance lässt ich nehme mich da selber auch nicht aus obwohl ich zu dem zeitpunkt auf mehrere verhandlungen gewartet habe und bei mir sogar sicherungsverwahrung im raum stand habe ich in läden geklaut wenn man mir die chance gegeben hat keine ahnung was mit mir los war aber ich war so ein harter kleptomane ich bin nie ohne irgendwas aus dem laden raus natürlich werden auch immer wieder mal leute erwischt und es ist eine riesen drama weil du bist schon im klassen deswegen haben viele ich glaube mittlerweile die meisten anstalten eine andere lösung gefunden die sogenannten einkaufs list und da haben wir auch eine hier wir gehen die gleich noch mal durch aber so seht ihr schon mal ungefähr wie die aussehen im zuschauer hat die geschickt vielen dank dafür dies aus der jugendstrafanstalt laufen lebenau sind wir oben dies als sogenannte halb offene anstalt konzipiert das heißt die sicherheitsvorkehrungen dort sind soweit es geht herabgesetzt es gibt dort nicht mal eine richtige mauer außenrum man kann dort in untersuchungshaft sitzen oder eben auch der jugendstrafe absitzen ich glaube von bis zu drei jahren wer nicht dort sitzt sind sexualstraftäter räuber und eklaren mörder weil maximal drei jahre wer mehr bekommt mehr bekommt geht normalerweise in bayern nach ebrach laufen lebenau hat ungefähr 250 haftplätze und einer von den jungs die dort sitzen hat mir eben diese einkaufsliste geschickt ihr seht die ist auch recht umfangreich und es gibt dort eigentlich wirklich alles was man so braucht ich habe ich habe mich glaube ich aber auch nie wirklich über das angebot beim haft einkauf beschwert ich meine klar kann es mehr geben aber es kann auch viel weniger sein den wenigsten menschen die das jetzt sehen ist wahrscheinlich überhaupt klar dass gefangene über so viele waren verfügen dürfen gehen wir mal kurz durch was gibt es denn was schon mal hier türkische spezialitäten gibt sogar baklava halal food hier trolli halal gummibärchen snickers nippon choco crunch hanuta crunch alle hier gibt es die liste sieht natürlich riesig aus aber manche sachen sind auch ein bisschen hier zum beispiel der ganze abschnitt abschnitt ist jetzt nur schokolade ritter sport schokolade gibt halt viele verschiedene geschmäcker salzgebäck was brauchst du denn was was wünschst du denn beim einkauf ja schokolade schokolade gibt es zahnpasta gibt es auch zahnpasta warte mal also hier gibt es was ist auch amund pflegeprodukte es gibt dr best es gibt elkos es gibt elmex es gibt ziemlich viele zahnpasta duschgel gibt es auch hier ax und dusch das und elkos und farb man die haben super viel duschgel rasierer gibt es auch ja klar rasierer kriegst du sogar von der anstalt gestellt also hier gibt es alles mögliche lippen pflege rasierer hier rasierer sind gibt es tatsächlich nur einen okay und zwar einweg rasierer okay die dürfen nur einweg rasierer dort haben zwölfer beutel okay also ihr habt gehört hier gibt es ganz viel was natürlich am meisten von allem gekauft wird ist tabak mabak da das ist sehr wichtig da kaufen viele jugendliche tabak äh jugendliche wahrscheinlich nicht ähm bestimmt ja musste halt gucken doch laktosefreie veganische veganische glutenfreie haarmilch laktosefrei soja drink und soja rice drink das gab es jetzt früher nicht aber geil wie gesagt die liste ist der hammer aber bevor ihr jetzt zu viel feiert wichtig ist dass ihr eben nur für einen bestimmten betrag pro einkauf einkaufen dürft also was auch immer hier drauf steht kriegt ihr ja nicht alles ihr müsst jeden monat versuchen von dem geld das ihr verwenden dürft alles zu bekommen was ihr braucht das führt dazu dass die gefangenen da sitzen und mit allen möglichen rechenbeispielen so versuchen so irgendwie alles zu bekommen was sie brauchen wie viel geld hat man denn ähm gute frage karo wenn ihr nicht arbeitet und kein eigenes geld habt bekommt ihr im monat 30 euro taschengeld das ist nicht viel da reicht es dann tatsächlich nicht weit und falls ihr raucht seid ihr eigentlich erledigt weil ne tabak irgendwie hier so drei vier paar jungen tabak 6 6 12 18 24 plus papers drei du bist erledigt you're gone ähm wenn man das ist wenn man nicht arbeitet das nennt sich taschengeld sozusagen ist das der harz 4 satz im knast wenn man nicht arbeitet aber eigenes geld hat also kein harz 4 beantragt dann dürfte man in straubing für 60 euro im monat einkaufen das war so mein einkauf im ganzen sieben jahre im grunde aber wie gesagt bei mir war das gar nicht mal so wichtig weil ich immer von mindestens zehn anderen leuten den einkauf genommen habe ihr erinnert euch pollux tun fisch millionär aber da war ich so stolz drauf die meisten leute die arbeiten das ist ja eigentlich der sinn also das eine war jetzt arbeitslos kein geld das andere war arbeitslos ihr habt geld das man euch von draußen schickt und das nächste ist jetzt ihr geht arbeiten die meisten gefangenen die arbeiten haben so zwischen 80 und 120 euro einkauf davon kann man dann schon gut zurecht kommen 100 euro kommst du zurecht auf jeden fall was ich betreffend im einkauf noch mega interessant finde ist dass die kaufleute die ihn in den verschiedenen anstalten durchführen bei den gefangenen alles andere als beliebt sind und das hat seine gründe einer von ihnen der babo sozusagen ist werner massack der fränkische kaufmann beliefert von 220 anstalten in deutschland circa 150 über kurz und lang wird ein monopol haben und wie das bei monopolen so ist bringen die vorteile vor allem für den verkäufer im fall von kaufmännern war und wird auch immer sein der größte vorteil die preismanipulation ich will es gar nicht von der liste hier ausgehen aber wenn ihr nur in einem laden einkaufen könnt dann könnt ihr halt preistechnisch nichts mit entscheiden und massack ist vom prinzip her edeka und edeka ist sowieso ein bisschen hochpreisiger als alle anderen und dazu kommt ein aufschlag auf alles weil es eben ein jva laden ist besonders bei frischen produkten gibt ein ordentlichen zuschlag und das alles ist von anstalt zu anstalt von bundesland zu bundesland unterschiedlich in der jva werl wollte massack für ein kilo kartoffelsalat 11 euro 58 das kostet normalerweise zwei drei euro massack begründet seine preispolitik gern mit erhöhten kosten durch die sicherheitsmaßnahmen der jva was will man dagegen auch sagen kann man verstehen ne was er dabei aber gerne verschweigt ist die tatsache dass er sich die hohen kosten für eine laden miete spart der braucht keine filiale sondern nur ein lager und und das ist definitiv bedeutend kostengünstiger ich gebe euch noch ein paar gründe warum sein argument dass die preise deutlich höher sein müssen bullshit ist in den meisten jvrs gibt es nur zweimal pro monat also an einem tag alle zwei wochen einkauf und an diesen terminen ballern die insassen all ihr geld raus stellt euch das mal vor ein supermarkt der nur einmal alle zwei wochen geöffnet hat und vorher schon weiß was gekauft wird wisst ihr wie viel geld der an personalkosten sparen würde die können ja gleichzeitig hammer kalkulieren weil die einkaufslisten gehen paar tage vorher ein und dann kannst du in ruhe alles besorgen verpacken fertig jeder supermarkt auf der welt würde alles geben für so eine planungssicherheit aber für massack heißt es ein erhöhter verwaltungsaufwand deswegen höhere preise er selbst spricht immer davon dass der kunde könig ist und er für seine jungs tatsächlich seine jungs nur die besten angebote macht seine jungs sehen es meiner erfahrung nach ein wenig anders ich hatte in straubing damals so eine riesen wut auf seine ortsvertretung dass ich eine zeitlang meinen einkauf nicht mehr selber abholen durfte ich hatte den kaufmann dort bedroht die geschichte erzähle ich euch in straubing natürlich und das soll jetzt sicher keine drohung sein aber die leute auf deren nacken hier geld gemacht wird gehören zu den nachtragendsten und gefährlichsten kunden der welt ich weiß nicht ob ich so gut schlafen würde wenn diese leute in meinem namen abgezockt werden sage ich nur mal sage ich nur mal so andererseits ich verstehe dass man hier geld verdienen will und wenn jemand keine lobby hat und es in vielen fällen sogar zu recht dann sind es eben gefangene warum sollte man denen gute preise machen weil erst kriegen sie sich selbst aus der gesellschaft raus und jetzt wollen sie noch einen guten preis wie genau massack es geschafft hat fast alle anderen anbieter zu verdrängen das wäre ein sehr interessantes thema für eine untersuchung denn überall wo seine firma auftaucht heißt es hinterher einfach es gab eine ausschreibung und herr massack hat es gewonnen und wenn ich eins über staatliche ausschreibungen weiß dann da geht es immer mit rechten dingen zu nicht es gibt unzählige beschwerden von gefangenen und in der jva bruchsal hat eine untersuchung teils um 50 prozent höhere preise als in den supermärkten draußen ergeben das bundeskartellamt hat schon 2013 von einer marktbeherrschendenstellung gesprochen warum habe ich das jetzt so ausführlich erzählt leute in den usa ist das geldverdienen angefangenen bereits ein riesenproblem ganze industriezweige profitieren von eingesperrten menschen und das müssen wir unbedingt verhindern denn wenn es erst mal industrien gibt denen daran gelegen ist mehr menschen einzusperren und diese menschen dann länger hinter gittern zu behalten dann haben wir ein problem ich halte mich jetzt mal zurück mit spekulationen und ich appelliere einfach an uns alle wachsam zu sein private firmen sollten kein geld mit gefangenen verdienen das ist ein ganz gefährlicher pfad den wir als gesellschaft sonst beschreiten wenn man also seine liste abgegeben hat ja dann bekommt man am einkaufstag eine oder mehrere kisten mit eben diesen bestellten sachen die holt man ab und dann hat man seine kiste was einen jetzt am meisten langweilt beim listeneinkauf ist wenn man zu wenig in der kiste hat oder aber die falschen produkte angeblich wird jeder kisteninhalt dreimal gecheckt bevor die kiste versiegelt wird aber ich kann selbst bezeugen dass ich mehrmals falsche produkte oder zu wenig in der kiste hatte was daran lustig ist es war nie zu viel ich habe in all der zeit nie von dem gefangenen gehört der zu viel ware in seiner kiste hatte aber zu wenig passiert immer wieder irgendwie komisch denn das fehler passieren können ist klar aber wie die nur in eine richtung laufen können ist seltsam meistens aber so kleinigkeiten wie die falschen chips die falsche schokolade ziemlich oft aber auch so sachen wie produkte die über dem haltbarkeitsdatum waren auch mal eine beschädigte verpackung und so weiter man wird dieses zeug los interessant ist in dem zusammenhang mit dem einkauf auf jeden fall auch dass es von bundesland zu bundesland große unterschiede gibt was erlaubt ist und was nicht in den meisten bundesländern kann man zum beispiel pornohefte bestellen nur in bayern nicht mehr was gar keinen sinn macht dafür waren in straubing glasflaschen erlaubt das heißt man konnte olivenöl beziehen was in anderen gegenden schwieriges stellt euch mal vor was das glasverbot in baden-württemberg alles bedeutet denken wir mal ganz kurz was ist definitiv in einem glas was kriegst du auch nicht anders richtig das führt dazu dass es kein nutella gibt das glasverbot macht übrigens nicht wirklich sinn in deutschen gefängnissen denn jede zelle hat eine scheibe jeder duschraum hat eine scheibe und wenn ich wirklich unbedingt eine scherbe will ist das kein problem gar kein problem es gibt auch andere sachen die es eigentlich überall zu kaufen gibt die aber in wirklich jeder jva verboten sind ein beispiel dafür ist zum beispiel hefe weil mit hefe kann man alkohol ansetzen und das weiß halt auch jeder so deswegen wirst du nirgends hefe bekommen manchmal kommen die leute aber auch auf schräge ideen und sorgen damit erst dafür dass manche produkte vom markt genommen werden ein beispiel dafür ein paar spinner haben zum beispiel immer die blätter an der physalis geraucht die getrockneten blätter die so rum und bumm gab es die nicht mehr zu kaufen oder pepperoni weil die einer getrocknet hat und damit sein eigenes pfefferspray gebastelt hat wenn ihr selbst in haft ward und schlechte oder gute erfahrungen beim einkauf gemacht habt schreibt die gerne in die kommentare da gibt so viel zu erzählen kann ich alles wissen aber gibt es interessante geschichten her damit genug davon ich hatte eh einkaufssperre wegen der urinkontrolle übrigens kiffte ich immer noch jeden tag von dem kleinen rest den ich von ibar hatte zeitlich hatten wir ja mal einen sprung gemacht aber parallel dazu ist irgendwann in der zeit gab es natürlich noch eine aussprache mit dem bleichen typen der mit dem tabak aus dem fenster geschmissen hat wo das weed hätte drin sein sollen der typ war ans fenster gekommen hat damals auch gleich so behauptet hey da war alles drin gewesen und so nicht mit mir alter weil ich habe direkt seine mutter beleidigt in den dreckigen lügner genannt mitten im hof ich habe verlangt dass er zum arzt kommt wo ich ihn vernichten würde und so es ging kurz hin und her und in dem moment lief damals andrucha im hof an mir vorbei und schaut mich so an so und schüttelt so kurz vor den kopf so was was man was ich war mir keiner schuld bewusst andrucha fand es nicht gut dass ich so getan hätte als wäre gar nichts drin gewesen der meinte ich hätte sagen sollen ey es war zu wenig und dann hätte ich bezahlen sollen was eben drin war was soll ich sagen er hat recht ich war damals einfach ein kleiner parasit dass ich aus jeder situation meinen vorteil schlagen musste egal was es war so war ich er hingegen war damals schon ein ehrlicher mann aber natürlich würde mich jetzt auch nicht bei iba verpetzen also zog ich durch am tag nach dem gespräch mit dem gleichen typen sprach ich auch noch mal mit iba am fenster und der wollte tatsächlich 20 koffer von mir zu die hälfte der summe um die es ging die andere hälfte sollte dann der bleiche wahrscheinlich bezahlen ich lehnte ab nein onkel mache ich nicht über war sauer aber er drohte mir noch nicht noch nicht offen wir redeten noch kurz und so dann kam schon der hofbeamte und unterbricht das gespräch so während der ganzen zeit hatte ich noch circa zwei gramm weed in der tasche so in der hand ich weiß gar nicht mehr warum ich es mit in den hof genommen hatte nur dass ich es dabei hatte mir war das damals auch überhaupt nicht irgendwie unangenehm das weed einstecken zu haben von dem ich behauptete dass ich es nie bekommen habe so in meinem kopf hatte ich mir so zurechtgelegt die wollten mich abrippen und jetzt habe ich die abgerippt nachdem ich die entscheidung getroffen habe keinen millimeter davon mehr weggegangen und das ist was wozu ich auch heute noch tendiere und an dem ich arbeiten muss ich dachte früher genau das macht einen mann aus wenn man sich entschieden hat niemals mehr seine meinung ändern so wurde ich geprägt aus den medien und dem freundeskreis was ein mann sein soll aber meine brüder das ist nicht ganz richtig einer meiner trainer hat mal gesagt bewegt dich nicht so steif bewegt dich wie wasser das hat er übrigens ein bisschen von bros lee geklaut aber er sagt auch ein starrer ast bricht und irgendwie gilt es auch für das mindset wenn ihr starr an einer sache festhaltet könnt ihr euch nicht entwickeln was ist wenn ihr neue informationen bekommt wenn ihr starr bleibt brecht ihr und es ist wichtig sich einzugestehen dass man dazu lernen kann aber dazu irgendwann reden wir mehr damals war ich starr ich konnte nicht nach rechts ich konnte nicht nach links ich konnte überhaupt nicht außerhalb dieses kanals denken und dadurch ist mir sehr sehr viel entgangen nein mein weed trug ich übrigens immer in der hand so ja es war nur ein kleiner ball und so könnte ich ihn im notfall fallen lassen oder schlucken wenn es unbedingt sein muss ich habe das bei kleinen mengen auch so auch draußen immer so gemacht ja locker in der hand halten dann vergisst man auch nicht dass man es dabei hat wichtig ist dass man es immer in der linken hand hält und warum das wichtig ist sehen wir jetzt denn nachdem der beamte mich vertrieben hat lief ich am rande des basketballfelds entlang so und plötzlich rennt pranas in mich rein ihr erinnert euch der breitgebaute littauer mit dem ich zusammen mit spechte in der zelle gewesen war der spielte eigentlich jeden tag an dem platz immer wenn trocken war und ihn den ball bekommen haben die littauer waren brutal gute spieler dort und wir stießen zusammen und er macht und er macht so eine kurze handbewegung mit der faust so als würde er mich schlagen und er so ey pass auf blöd so ey und das ist ein beliebter bully move so zu tun als würde man jemand schlagen so weißt damit der andere dann so zuckt und dann kann man sagen hey was zuckst du aber ich zuck halt nicht und ich habe wegen sowas auch schon richtig richtig streit mit leuten gehabt aber nicht da pranas sieht dass ich nicht zuck und stattdessen täusche ich so einen kleinen beinangriff vor weißt tauch so nach seinem bein so geh so kurz an seine hüfte aber auch nur um zu sehen ob er zuckt und wie zwei paviane umarmen wir uns danach so kurz die ganze zeit habe ich meinen kleinen weep ball in der hand und jetzt kommt er hebt lachend die rechte hand und will so abklatschen und ich stehe direkt vor ibas fenster das direkt in meinem rücken so und ich kann meine hand ich kann ich kann jetzt nicht die hand öffnen ich gucke schockiert so aber pranas der bauer checkt gar nichts und will weiter meine hand haben kenne solche leute seit corona schüttelt man sich ja eigentlich nicht mehr so die hand aber trotzdem manchmal gibt es leute die unbedingt die hand greifen wollen und erst vor kurzem wieder jemand mit dreckigen fingernägeln ganze hand versifft und er kommt halt ey brudi brudi mach mal deine hand rein so ey ey und ich so ja cool man cool und er so ey hör auf ich hab das schon vor corona gehasst leute ein fist bump muss reichen und pranas war halt original so einer der keinen fist bump macht ich glaube in seinem kopf war das sogar so war da sogar was rassistisches drin so ey ich mach nicht diese yo yo er war ein handgreifer ein fest drücker der verpasst dir so einen weißen handschlag da wirst du gleich friends schauen gehen alter und helene fischer hören und um sowas vorzubeugen muss man sein weed in der linken hand halten ich drehe mich halt jetzt etwas wechseltes package so von rechts nach links und gebe pranas die hand während ich die augen vertrete ich denke ne der hat nicht mal was von meinem struggle mitbekommen weil er mit einem auge schon wieder auf dem ball lins und zack ist er auch weg ich glaube ich habe mir sogar vorgenommen ihm das zu sagen mal wenn dir jemand die hand nicht geben will dann nötige ihn nicht im hof vor 10.000 beamten alter dazu noch eine runde die ich chillig mit luchs und den anderen lauf und der hofgang ist vorbei wir gehen über den großen sporthof zum eingang zu unserem gang die tür ist geschlossen was komisch ist deswegen staut es sich kurz und ich bin so in ein gespräch vertieft dass ich das gar nicht richtig mitbekommen endlich öffnen die beamten von innen die tür und die leute wollen rein drängen aber irgendwas stimmt es geht voll langsam von da wo ich stehe kriege ich nicht mit was los ist und weil ich ein verdammter idiot bin interessiert es mich auch nicht ich quatsche mit magic darüber was wir später beim umschluss trainieren und was Angst vor low kicks ich habe nie Angst vor low kicks hatte ich doch ich war damals keine low kicks gewöhnt auf jeden fall magic steht vor mir direkt hinter mir hat sich der verschwitzte pranas in die reihe gedrängt und irgendwo in meinem hinterkopf fragt sich eine stimme ey wieso geht es so langsam und plötzlich höre ich ein wort ein wort das ich in meinem alten leben geliebt hatte und das jedoch in meinem neuen leben hinter gittern nie was gutes bedeutet für einen moment erstirbt jedes andere geräusch und ich höre nur noch dieses eine wort Hund deswegen ging es hier so langsam und schon wurde ich durch die Tür geschoben direkt dahinter hatten sich drei Beamte von der Sicherheit postiert in ihren Kampfanzügen mit den Stiefeln und dem taktischen Gurt wie Batman dazwischen ein vierter Beamter mit einem riesigen belgischen Schäferhund der jeden Gefangenen der an ihm vorbeilief abschnüffelte seine messerscharfen Zähne blitzten während er fletscht die Stimme des Hundeführers fordert so, 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 so ein Drogenspürhund und ich habe original mein Wheat in der linken Hand Gott kann ich einfach mal eine Woche chillig sein und ihr wisst genau was jetzt kommt denn wie es so weiter geht erzähle ich euch nächste Woche heute will ich mich nur noch bei denen bedanken die uns hier so hart supporten alle in der Gang die unsere Arbeit mit ihrem Beitrag unterstützen ich hoffe ihr habt Spaß an dem Bonus-Content ich werde mir da immer wieder was Neues einverlassen ich hoffe ihr mögt es ihr habt Spaß damit und natürlich den Menschen die sich extra auf Patreon angemeldet haben um uns bei der Produktion zu unterstützen ohne euch könnte ich das hier nicht machen und wir sind euch unendlich dankbar die verrücktesten von euch und damit die Produzenten der Folge sind mit Thomas Rimroth Sven Linke Miguel Angel Büni Kannix 96 Kann eine ganze Menge Overplay Matt Supreme Vino Omega Alex Richter Binnenstrich am Start Mariko mein Bro Anna Tuso Nico Dean Wo ich jetzt erst verstanden habe, dass du hier Zigarettenwerbung machst Nico Dean ich habe es nie gecheckt jetzt habe ich es gecheckt Nico Dean hahaha Samira Kleb sandrax-de Chris Stixl Alex Harald Lang Jay Pendragon wieder verkackt Diana Kevin Treter Kevin Treter übrigens René Heusse Miss Teenie Belle Sascha M Sebastian Schneider Gibt es nicht Gibt es doch Michel Rossi Ihr seid die Besten Wem es gefallen hat Lässt uns einen Daumen hoch Supportet auf euch Macht was ihr tun müsst Erzählt euren Freunden davon Wir sind raus Lass mal was trinken Er ist ganz schön Der andere Wichser Der kostet mich echt den Resten Ich hasse diesen Tyknoser Heißt du ich hasse ihn nicht mal für das Dass er Aussage gemacht hat Wie gesagt das machen sie alle Sondern wie Wieso Mit diesem So Alles was er in seinem Leben schief gelaufen ist Hat er so auf mich projiziert Also ich habe das Zum Beispiel auch das mit dem Labor Er sagt einfach Ja und dann hat der Produkte gesagt Wir sollen zusammen ein Labor machen Und da er wusste dass ich interessiert bin An Chemie und so Hat er mich dann halt da draufgebracht So Im Leben nicht Im Leben nicht Auf die Idee wäre ich nie gekommen Ihn zu fragen Ob er das kann So Weißt du schon Ach Ekliger Ekliger Mensch Ich schaue Manchmal schaue ich hier oben So in dieses Mikrofon rein Das passiert mir so oft Dass ich da oben rein gucke Das ist wie ein Pimmel Alter Hatten sich drei Beamte von der Sicherheit in ihren Kampfanzügen Noch mal Prostituiert Direkt Direkt hinter der Tür Haben sich die Beamten prostituiert Man will es nicht Man will es nicht sehen Aber es sind Dinge die passieren Und dann auf bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.